Ja, meine Freunde, Union Berlin hat einen neuen Trainer. Wir quatschen heute mal so ein bisschen darüber. Nenad Belica? Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Wir werden es gleich analysieren, darüber sprechen und so weiter und so fort. Ist das die Wende für Union Berlin? Das ist die Frage dieses Videos. Lasst doch gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Lasst sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, beginnen wir hier bei Naif und quatschen mal darüber. Dafür ist dieser Kanal ja da, dass wir über alles in der Bundesliga, 2. Liga quatschen können. Und diese Nachricht hat uns gerade eben ereilt, dass Union Berlin nach dem Spiel gegen Augsburg, wo man zumindest nicht am Ende noch einen Punkt sichern konnte, durch Kevin Volle in der 88. Spielminute, nach auf verschossenen Meter und so weiter und so fort, konnte man sich aber wenigstens einen Punkt jetzt sichern. Also hat jetzt auch mal wieder einen Punkt geholt. Das ist schon, ich will jetzt nicht sagen fast ein Teilerfolger, aber es ist zumindest jetzt schon mal wieder ein wichtiger Punkt, den Union auch braucht, gegen ja auch verstärkte Augsburger. Muss man ja auch sagen, seit dem Trainerwechsel ist das auch nicht mehr das Augsburg, was sie vorher waren. Und jetzt haben sie eben diesen guten Mann hier geholt. Nenad Jelica, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er Kroate, jetzt Trainer bei Union Berlin, hatte zuletzt Trabzansbohr trainiert gehabt, dort mit einem Punkteschnitt von 1,5 rausgegangen nach 16 Spielen. Davor hat er bei NK Ostenjek trainiert, 87 Spiele gemacht, einen Punkteschnitt von 1,95 geholt, was schon ganz gut ist. Und auch bei Dynamo Zagreb hatte er einen sehr, sehr stabilen Punkteschnitt, muss man sagen. Hat er in zwei Jahren in 100 Spielen 2,31 Punkteschnitt gehabt. In 100 Spielen einen Punkteschnitt von 2,31 ist er auf jeden Fall richtig, richtig gut. Gut, das kann man auf jeden Fall mal sagen. War in Österreich unterwegs, in Kroatien. Guck mal, hier sehen wir auch, in Italien war er auch unterwegs. Guck mal hier, Spezia Calcio in der zweiten, ich weiß nicht, ob die zu dem Zeitpunkt in der zweiten waren, zweite Liga waren, hat er auf jeden Fall, ist er schon ein bisschen rumgekommen. Wo er aber eben noch nicht war, ist in der Bundesliga als Trainer. Ach, guck mal hier, bei Lautern war er mal, bei Kaiserslautern hat er mal gespielt. Als Spieler war er zumindest mal bei Kaiserslautern. Ja, als Trainer ist er eben noch nicht in der Bundesliga gewesen. Dafür hat es jetzt Union Berlin entschieden. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was er bei Union leisten kann, beziehungsweise ob das dann auch jetzt der Trainer ist, den sie brauchen, der diese Wände einläutet, jemand, der keine Erfahrung in der Bundesliga hat, aber auf seinen vorherigen Stationen unter anderem auch schon Erfolg nachgewiesen hat oder reingebracht hat, was eigentlich immer etwas ganz Gutes ist. Ihr wisst ja, ich bin allgemein Fan davon, wenn du nicht immer so diese typischen Kandidaten, weißt du, gerade auf dem Trainermarkt wird ja ganz schnell und oft mal gesagt, okay, dann holst du hier Bruno Labbadia oder zum hundertsten Mal dann Breitenreiter, wird dann da genannt, dann wird der genannt. Alles so diese klassischen, typischen Bundesliga-Kandidaten, die halt immer genannt werden. Deswegen finde ich eigentlich den Weg, den auch Schalke, auch wenn es da aktuell nicht so läuft, aber auch Augsburg zum Beispiel, wo es ja ganz gut läuft, diesen Weg auch einzuschlagen, beziehungsweise auch in Betracht zu ziehen, dass du eben auch im Ausland mal schaust, okay, welcher Trainer ist eben da vielleicht erfolgreich gewesen, wer hat überzeugt, wer hat den guten Punkt geschnitten, wer könnte gut zur Union passen. Und sich jetzt für diesen Trainer entschieden zu haben, ist jetzt zumindest erstmal die vorübergehende Entscheidung. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Zu Nenad Bielka kann man ja auch noch sagen, seine bevorzugte Formation ist ein 4-2-3-1. Das könnte natürlich sehr spannend werden, was er denn dann bei Union Berlin machen wird, ob er vielleicht wirklich 4-2-3-1 spielen lässt oder ob er auf Dreierkette bleibt, wie er jetzt auch zuletzt. Das wird auf jeden Fall mal sehr spannend, auch wie das mit Gosens ist. Gosens in der Viererkette könnte zum Beispiel sehr spannend auch für die Nationalmannschaft sein. Jetzt anzuschauen, wie sich Gosens verhält auf der linkste Position in der Viererkette, weil du dadurch vielleicht für die Möglichkeit auch hast, Gosens und Henrichs in der Viererkette zu sehen. Das ist ja auch was, was sich der eine oder andere schon häufiger mal gewünscht hat. Könnte zumindest mal eine Idee werden oder eine Idee sein. Man muss natürlich schauen, wie gesagt, wie der jetzt erstmal das Ganze übernimmt. Er hat jetzt erstmal Zeit, bis zum Winter sind es glaube ich noch, da können wir mal kurz drauf schauen, die Spiele, die er jetzt hat bis zum Winter. Passt auf Freunde, gehen wir mal hier drauf. So, das heißt, sein erstes Spiel wird jetzt Braga sein in der Champions League. Dann spielen sie gegen Bayern, das ist natürlich eine sehr undankbare Aufgabe, direkt jetzt gegen Bayern zu spielen, aber gut. Braga, Bayern, Gladbach. Dann kommt das Spiel gegen Real Madrid, also absolutes Mega-Highlight. Dann Bochum und Köln. Das sind die Aufgaben vor dem Winter. Und ich glaube, dass man sechs bis neun Punkte vielleicht noch holen kann, bis zum Winter auch. Gegen Köln und Bochum müssen aus Unionssicht Pflichtsieger eingeholt werden. Wenn du die eben holst, hast du eben sechs Punkte schon mal bis zum Winter geholt. Und gegen Gladbach könnte was gehen. Die Frage halt, wie viel. Gegen Bayern wird es eher unwahrscheinlich. Und in der Champions League wird es spannend, wenn man gegen Braga zum Beispiel jetzt gewinnen sollte. So, können wir mal hier gucken. Ja, okay, können wir vielleicht auch nicht gucken. Tabelle. So, da. Wo ist jetzt Unionssicht? Hier. Wenn man gegen Braga gewinnen sollte, ist man mit vier Punkten an Braga auch erstmal vorbeigezogen. Und dann kommt das Spiel gegen Real, die schon durch sind. Dann vor allen Dingen schon durch sind. Und dann könnte man ja eventuell vielleicht auch noch in die Europa League rutschen. Was für Union Berlin vielleicht auch der Erfolg wäre. Die Frage wäre da auch sehr interessant. Was wünschen sich eigentlich die Fans? Die Union-Fans sagen die, okay, scheiß drauf, die Sorge abgeragt. Dann lieber als Vierter raus in der Champions League und sich nur noch auf den Klassenerhalt konzentrieren. Beziehungsweise allgemein auf die Liga konzentrieren. Oder sagt man, nee, die Europa League will man auf jeden Fall noch mitnehmen, um diese Abwechslung zur Bundesliga eben auch zu haben. Plus natürlich auch wirtschaftlich wäre das gut, in der Europa League weiter vertreten zu sein. Möglichst dann weit zu kommen. Nimmst du natürlich auch immer weiter das Geld ein. Das ist ja auch ganz klar. Das ist immer so ein schwieriger Grad. Was natürlich da dann auch noch dabei ist, ist, wenn wir dann über den Kader von Union Berlin reden, braucht man vielleicht auch gewisse Gelder. Und da wäre es halt gerade dann vielleicht nochmal wichtiger, in die Europa League noch zu rutschen, um dort eben das Geld einzusammeln. Was auf jeden Fall interessant wird, ist der Ansatz, den man jetzt gegangen ist. Und auch die Frage, die ja bleibt, war es wirklich die richtige Entscheidung, Urs Fischer zu entlassen? Und glaubt ihr da draußen wirklich, dass jetzt der neue Trainer, Bielka, die Wände rumreißt? Oder sagt ihr, nee, man hätte vielleicht lieber mit Urs Fischer weitermachen sollen und ihm eben die Chance geben lassen sollen, weiter doch noch das Ruder rumzureißen? Die Frage wird uns nie beantwortet, was am Ende die bessere Entscheidung gewesen wäre. Aber ihr könnt zumindest eure Meinung dazu sagen. Und darauf kommt es eben drauf an. Das ist jetzt erstmal so meine Meinung. Es ist ganz schwer, hier eine Prognose überhaupt abzugeben. Deswegen lasse ich das auch sein. Ich lehme mich erstmal zurück und schaue mir das an, was in den nächsten Wochen passieren wird. Bei Union Berlin. Fakt war oder ist ja auch in allen Dingen, was zuletzt war, das konntest du dir ja eben auch nicht mehr so anschauen. Das war ja auch klar. Union Berlin hat einfach nicht gepunktet. Das war das Problem. Es waren nicht alle Spiele schlecht. Gerade wenn ich daran denke, das tue ich immer gerne auch als Beispiel nennen, wenn man das Spiel gegen Neapel sieht, auch das in Berlin, das war richtig stark eigentlich von Union. Das muss man wirklich sagen. Es war ein richtig starkes Spiel von Union Berlin gegen Neapel. Man hat es halt leider verloren gehabt dann am Ende. Aber wenn du so Fußball spielst und dann noch die Punkte kommen, kann ja eigentlich was gehen. Da hat man zumindest mal gesehen, was die eigentlich für die Qualität haben, die gegen Neapel so bespielt haben. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Glück. Lasst gerne hier nochmal ein Däumchen hier oben da, lasst gerne ein Abo da, schreibt eure Meinung zu Union Berlin in die Kommentare und ciao.